Es gibt viele Gründe für so eine Leistenverdickung, aber in Ihrem Fall ist es halt ein 8 cm bösartiger Tumor an der linken Niere. Zum Herbst hin bin ich in eine tiefe Depression gefallen. Also das ging so weit, dass ich manchmal früh beim Aufwachen mir nicht sicher war, ob ich den Tag lebend überstehe. Ich bin dann aber meine Gewohnheiten geworden, so wurde mir das auch von anderen gespiegelt. Das heißt, ich war meine guten Gewohnheiten und gar nicht mehr ich selber eigentlich. Thema Gesundheit war mir immer sehr wichtig und ich habe viel, vielleicht auch manchmal sehr viel dafür getan. Und sowas hätte ich nie auf dem Schirm gehabt. Eher denkst du mal dran, was ist ich, dass du einen Unfall hast oder irgend sowas. Aber dass sowas dir mal passiert, das war eigentlich völlig auszuschließen. Drei Fitnessstudios hast du, richtig? Ja. Welchen Stellenwert hat für dich immer so oder vielleicht noch heute das Thema Fitness und Gesundheit? Ich bin ein sehr körperlicher Mensch. Ich bewege mich total gerne und es ist meine Berufung, Menschen in Bewegung zu bringen, sodass das ganze Thema natürlich bei mir viel Zeit einnimmt. Meine Interessen sind darauf ausgerichtet und ich versuche halt auch andere Leute zu unterstützen, fitter und gesünder zu werden und dem Thema Beachtung zu schenken. Ich sage mal, wir haben hier auf dieser Erde nur eine körperliche Existenz. Also bin ich manchmal verwundert, wie wenig die Menschen sich um ihren Körper kümmern. Okay, was ich vielleicht ein bisschen viel gemacht habe manchmal, fehlt es bei anderen. Aber ich habe mir gedacht, okay, wenn ein bisschen was von dem abfärbt, wo ich sage, Körper ist ein Geschenk. Da sollten wir uns auch darum kümmern. Dann wäre das schon ganz gut. Wie war so dein Bild von dir selbst? Mein Bild von mir selbst? Ja, du hast es vorhin schon gesagt. Ich habe es vielleicht nicht ausgesprochen, aber ich habe oft gedacht, wenn die anderen auch so gesund leben würden wie ich, dann wären vielleicht sie auch so gesund. Ich denke, man sieht sich schon meistens selber als einer, der richtig ist. Man sagt, okay, ich denke richtig, ich mache vieles richtig. Und ja, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen und wir sind dort Werte mitgegeben worden, die mir auch Orientierung gegeben haben im Leben, wo ich versucht habe, daran zu halten. Ja, und dann bist du tatsächlich plötzlich selbst ernsthaft krank geworden. Wie ist denn zu dieser Diagnose überhaupt gekommen, zu dieser ersten Krebsdiagnose? Eigentlich so ein bisschen über den Umweg. Also ich hatte eine Verdickung in der Leiste und das war Verdacht auf Leistenbruch. Und der erste Arzt hatte das auch bestätigt, wollte mich operieren. Aber in dem Wartezimmer kam mir das alles so vor, als wie Leute rein, OP-Bogen raus, wie Fließbandarbeit. Und da habe ich mir einfach noch eine Zweitmeinung eingeholt. Und als gläubiger Mensch habe ich gesagt, Gott, ja, sprich durch die Zweitmeinung. Und die Zweitmeinung war, da ist kein Leistenbruch, das ist alles in Ordnung. Und eine Kundin von mir, die aus dem Gesundheitswesen kommt, hat mir dann aber doch den Tipp gegeben, ich sage mal, zum Urologen gehen. Ein guter Bekannter von ihr, auch relativ jung noch, ist Urologe. Und ja, der hat dann halt sein Ultraschallgerät angesetzt und hat gesagt, es gibt viele Gründe für so eine Leistenverdickung. Aber in ihrem Fall ist es halt ein 8 cm bösartiger Tumor an der linken Niere. Und der muss sofort raus und die Niere mit. Hat der das sofort gesehen, dass das ein bösartiger Tumor war? Der hat gesagt, bei der Größe wäre es grundsätzlich ein bösartiger Tumor. Und die Niere dann auch nicht mehr zu retten, weil der schon zu viel Raum eingenommen hat dort wahrscheinlich. Wie hast du diesen Moment erlebt? Krieg ich jetzt gerade Gänsehaut? Ja, schon sehr erschütternd, würde ich mal sagen, wenn das sein eigenes Thema ist, Thema Gesundheit. Und ich war auch immer ein Mensch, der immer alles gerne unter Kontrolle hatte. Dann merkst du, ja, da hast du scheinbar nichts unter Kontrolle. Und es hat mir schon die Füße ein bisschen weggezogen. Aber trotz alledem hatte ich eine Dankbarkeit in mir. Und die Dankbarkeit hat vorgeherrscht, weil ich war zu dem Zeitpunkt 45 Jahre alt. Und 45 Jahre habe ich mal außer ein Schnupfen oder irgendeine Kleinigkeit nichts gesundheitlich gehabt. Und die Dankbarkeit hat schon überwogen in der Hinsicht. Aber irgendwo hast du dann doch ein Kloß im Hals. Es ist plötzlich alles völlig anders nach einem Augenblick in deinem Leben. Man denkt jetzt auch nicht drüber nach oder ich habe nicht drüber nachgedacht, was bedeutet das jetzt? Was hat das jetzt für Auswirkungen? Was passiert dann die nächste Zeit? Also ich bin im Hier und Jetzt geblieben und ich denke, das war in dem Fall auch eine große Hilfe, mit der Sache umzugehen. Was ja nicht heißt, dass dann alles leicht war danach. Ganz im Gegenteil, da kamen schon noch ein paar schwere Sachen, oder? Ja. Wie ging es denn dann weiter? Hast du sofort operiert worden oder wie sah das aus? Ja, also der guten Beziehung von dem Arzt war es mir auch zu verdanken, dass ich innerhalb von fünf Tagen oder so einen OP-Termin bekommen habe. Das ist wohl, sagen die, sehr wichtig. Also innerhalb von weniger als einer Woche war der Tumor raus. Und es gab dann Nachuntersuchungen und die hatten dann leider ergeben, dass an der Rippe auf dem Rücken noch eine Metastase ist. Was auch noch entfernt werden muss. Und dann standen zu dem Zeitpunkt auch noch gar keine Therapien im Raum. Es ging erstmal darum, dort aktiv zu handeln, in Anführungsstrichen vielleicht Schadensbegrenzung oder sowas zu machen. Also das ging alles ganz schön schnell. Ja. Gerade noch alles in Ordnung, plötzlich bist du Krebspatient, hast OPs hinter dir. Was hatte das denn so für körperliche Auswirkungen? Ziemlich fitter Mensch, hast du das gut weggesteckt oder hattest du auch irgendwelche Probleme dann? Also körperlich war das alles für mich relativ gut zu verkraften. Ich sag mal, ich bin als Sportler, Leistungssportler auch Schmerzen gewohnt, kann damit umgehen. Es gibt tolle Erfindungen, die nennen sich Schmerzmittel oder Schmerzkatheter. Da lässt sich eine ganze Menge ertragen. Aber ich sag mal, psychisch im Sinne von, was wir vorhin hatten. Deine Identität und schon irgendwo dein Lebenssinn, der fliegt da weg, der geht da verloren. Also das, worauf du dich eigentlich aufgebaut hast, wer bin ich eigentlich, das schmilzt dann irgendwie dahin. Was hast du denn mit dem Gedanken gemacht, dass du plötzlich nicht mehr sicher bist, wer du bist und wie du dich selber und das Leben siehst? Erst mal den Gedanken gedacht, weil den habe ich ja nie gedacht oder nie denken müssen. Und jetzt zu wissen, okay, von da ab wird wahrscheinlich jede Nachuntersuchung wieder gruselig werden. Und letzten Endes war ich mir dann noch klarer, dass einfach alles in Gottes Hand liegt, in der Hand des Schöpfers, an den ich glaube. Weil man hat ja gesehen, ich habe viel für meine Gesundheit getan, aber konnte selbst so eine Sache nicht vorbeugen oder großartig beeinflussen. Hört sich jetzt ein bisschen so an, als wärst du da, trotz allem, klar, man macht sich so seine Gedanken, aber relativ gut durchgekommen. Gab es irgendwelche Sachen, die du richtig schwer fandst, gerade so in den letzten Jahren? Ist ja alles noch nicht so lange her. Ich habe, denke ich, auch aus meinem Glauben heraus, dass es einen Gott gibt, der mich sieht und der mich einzigartig einmalig geschaffen hat, einen Plan für mein Leben hat, eine unheimliche Stärke bekommen. Also das war schon gut. Ich durfte in der Zeit andere stärken und anderen beistehen auch. Und bin aber dann im Herbst hin, das war im Sommer gewesen, im Juni, und zum Herbst hin bin ich in eine tiefe Depression gefallen. Also das ging so weit, dass ich manchmal früh beim Aufwachen mir nicht sicher war, ob ich den Tag lebend überstehe, ob das mein letzter Tag ist. Also wirklich wahrscheinlich eine tiefste Todesangst gehabt. Und dann ist das Stück für Stück erst alles durchgebrochen. Also was das für Kraft gekostet hatte im Sommer. Und dann hatte ich da schon ganz schön zu kämpfen. Und ja, die Gedanken machen sich selbstständig. Du kannst nichts mehr kontrollieren, auch nicht mehr deine Gedanken. Du hast schlimmste Gedanken, versuchst die beiseite zu schieben. Findest dann vielleicht Dinge, die dir helfen. Ich habe viel Stärkung, Ermutigung in Gottes Wort, in der Bibel gefunden. Freunde, die dir zur Seite stehen und dich aufbauen, für dich beten und so weiter. Da war auch schon viel Ermutigung da. Aber es kamen dann schon noch einige Sachen da. Das war ja im Grunde genommen zuerst dieser Schlag hier, Gesundheit ist nicht mehr so, wie du es immer gewohnt warst. Und plötzlich auch diese mentale Stärke, wo ich bei dir raushöre, die dich ja auch ausgemacht hat, da so eine Stabilität zu haben. Und die war plötzlich weg. Wie hat sich denn das angefühlt? Na, das war schon eine ziemliche Leere. Und ich bin dann irgendwie auf die Suche gegangen. Ich war über ein Jahr krankgeschrieben und habe mir dann geschaut, wer bin ich eigentlich? Was bin ich eigentlich? Ich habe mir im Laufe meines Lebens viele gute Gewohnheiten angeeignet und habe mir gedacht, okay, da musst du dich um nichts mehr groß kümmern. Du hast deine Gewohnheiten, damit bist du im guten Fluss. Ich bin dann aber meine Gewohnheiten geworden. So wurde mir das auch von anderen gespiegelt. Das heißt, ich war meine guten Gewohnheiten und gar nicht mehr ich selber eigentlich. Und mir ging es da auch, wie Stefan, im Krankenhaus habe ich auch eine Stimme gehört. Also ich war im Einzelzimmer. Da konnte niemand anders groß sein. Und ich bin jetzt keiner, der regelmäßig Stimmen hört, war auch nicht auf Drogen. Aber eine Stimme hat sie mir gesagt, Jan, ich liebe dich genauso, wie du jetzt bist. Du musst nichts tun, leisten oder verändern. Und der Satz begleitet mich bis heute. Der heilt mich, wo ich ja scheinbar noch Heilung brauche. Und ich bin einfach in viel bewussteres Leben reingekommen. Also ich lebe jetzt bewusster, bin noch dankbarer für jeden Tag und kann Dinge wahrnehmen, die andere vielleicht nicht wahrnehmen oder ich auch damals noch nicht ganz so wahrgenommen habe. Hat das auch was daran verändert, wie du andere Menschen siehst? Ja, ich denke, ich bin immer sehr hochmütig mit mir selber, auch mit meinem Körper umgegangen. Also ich denke, ich habe mir manchmal schon körperlich, sportlich gesehen, extrem viel zugemutet, ab dass irgendwelche krassen sportlichen Leistungen bis hin zu Fasten oder sonst was waren. Und ich denke, ich kann die anderen jetzt auch mehr mit dem Herzen sehen und nicht mehr so mit dem hochmütigen Verstand. Ich gehe demütiger mit mir selber um und auch mit anderen und weiß halt das Geschenk des Lebens und in der gesunden Funktionierung des Körpers noch mehr zu schätzen. Wie geht es dir denn heute so gesundheitlich eigentlich? Ich bin hier gesund und fit und darf ohne irgendwelche Einschränkungen leben. Das ist eine riesen Gnade für mich, weil es waren dann noch mehr OPs. Man ist vor anderthalb Jahren noch aus der Lunge eine Metastase entfernt worden. Ich hatte Behandlungen, die ja Nebenwirkungen hatten bis dahin, dass ich nicht mehr laufen konnte. Solche Nerven, Schmerzen in den Füßen, über dem entfernten Stück Rippe sind wir noch mehrere Rippen gebrochen, was wahrscheinlich ein Ermüdungsbruch aufgrund der OP-Geräte war. Und trotzdem darf ich hier stehen, bin gesund und fit, habe übernächste Woche wieder Nachuntersuchungen und gehe relativ im Gottvertrauen in die Nachuntersuchungen über die Jahre. Das ist jetzt fünf Jahre her. Da habe ich mir gesagt, das Leben ist fließend. Es geht nicht um so einen Moment, wo du eine Untersuchung hast und über dich was ausgesprochen oder was festgestellt wird. Und so kann ich jeden Tag eigentlich dankbar aus Gottes Hand nehmen und darf das auch gerne weitergeben. Aber wenn ich das höre, das wäre jetzt dann nicht zum ersten Mal gewesen, dass da noch Metastasen aufgetreten sind. Wie gehst du mit diesem Gedanken um, dass da ständig auch wieder was kommen könnte und dass es auch mal richtig lebensbedrohlicher werden könnte? Es ist schon ein bisschen eine Gewohnheit. Du kriegst dort ein bisschen Hornhaut, will ich mal sagen. Du stumpfst dort ein bisschen ab. Also das hat Gott in uns schon gut gemacht, dass wir da nicht ständig diesen Gedanken denken, was wäre, wenn und wo und so weiter. Also es gibt so einen Begriff Resilienz. Ich denke, da hat sich auch ein bisschen was gebildet. Und ich denke nicht mehr drüber nach. Über das Thema nicht und auch nicht über die Nachuntersuchung. Du lernst dann, oder ich habe zumindest gelernt, wirklich im Hier und Jetzt zu leben. Also du hast nicht schon tagelang vorneweg über die OP nachgedacht. Du hast hier und jetzt in dem Tag gelebt und dann, wenn es soweit war, dann hat es erst damit zu tun. Kann ich mal eine Frage stellen? Ja, klar. Immer noch die Zeit. Was ich so raushöre oder siehst du diesen Eingriff oder das, was dir passiert ist, auch als Gottes Gnade, um dich mal runterzuholen? Also grundsätzlich von meinem Glaubensverständnis her schickt Gott so etwas nicht. Okay. Aber Gott gebraucht es zu unserem Guten. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen, ist ein Vers aus der Bibel, der mich ja schon immer sehr gut begleitet hat. Und aus dem Blickwinkel versuche ich auch das Ganze zu sehen, wie Gott das gebraucht hat und was Gott in meinem Leben auch verändert hat durch diese Sache, die er vielleicht zugelassen hat, aber jetzt auch gebraucht hat. Also ich finde es bemerkenswert. Ja. Dann ich wünsche dir auf jeden Fall gesundheitlich auch für deine Seele alles Gute. Vielen Dank für das, was du erzählt hast. Saal. I-r-f. Yes. ARD Text im Auftrag von Funk